Kurzschwung vs. Carving. Welcher Schwung ist wann besser geeignet? Aber eigentlich sollte es besser heißen, kurze im Vergleich zu längeren Schwimmen, denn man beides gecarft oder auch gerutscht fahren kann. Welcher Schwung ist denn wann besser geeignet? Und wie unterscheiden sich beide Schwimmen? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß und gute Unterhaltung! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Ski-Kanal und heute in einem etwas anderen Format. Denn aufgrund des TIE-Lockdowns ist mir gerade nicht möglich, im Skigebiet diese Aufnahme aufzunehmen, sondern ich nehme diese Aufnahme gerade von zu Hause aus auf, um dir auch weiterhin motivierende, inspirierende und vielleicht sogar zum Nachdenken aufrufende Inhalte bereitstellen zu können. Bitte sei so lieb und gib mir am Ende des Videos in den Kommentaren Feedback, ob dir dieses Format so gefallen hat oder ob du Ideen hast, was ich anders machen kann. Auch Videoideen sind super gerne erwünscht, da bin ich wirklich super dankbar für eure Hilfe und Unterstützung. Aber jetzt starten wir erstmal ins Video rein. Wenn man die Skifahrerwelt so in zwei Lager aufteilen möchte, so ganz pauschal, dann gibt es eigentlich so diese klassischen Kitzbühel Kurzschwungwedler, die quasi den ganzen Tag im Kurzschwung fahren und das auch perfektioniert haben und andererseits die Carving-Enthusiasten, die eigentlich am liebsten auf der flachen, breiten Piste ihre Carving-Schwünge ziehen, versuchen möglichst viel Kurvenlage zu erzielen, also respektive möglichst viel Kantwinkel und versuchen mit den Kräften, mit den Fliehkräften, Hangabtriebskräften zu spielen, um einen möglichst sportlichen Schwung in den Schnee zu ziehen. Meiner Meinung nach gehören aber beide Schwünge zum Repertoire eines sehr, sehr guten Skifahrers, da die Schwungwahl auch immer in gewisser Hinsicht situationsabhängig ist. Wollen wir mal beide Schwungformen definieren? Wir haben einmal den Kurzschwung, der ist maximal eine Pistenraupenspurbreite. Alles was breiter ist, ist für mich dann schon ein mittlerer bis langer Schwung. Es gibt auch ganz viele, die fahren den Kurzschwung nur auf einer halben Pistenraupenspur. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache und auch teilweise länderspezifisch, wie es dann auch gelernt und gelernt wird. Carving-Schwünge sind für mich Schwünge, die dementsprechend in einem breiteren Korridor gefahren werden, also die ja größer ist als eine Pistenraupenspur, meistens so zwei, zweieinhalb, drei Pistenraupenspuren und ist ein Schwung, der für mich eigentlich komplett gekarft, also geschnitten gefahren wird, wo die Skienden den Skispitzen folgen, die Skienden also hinten nicht wegbrechen, wir also keinen Driftanteil haben. Klar, ich habe es eingangs gesagt, man kann auch einen Kurzschwung gekarft fahren, aber in unseren Breitengraden wird er meistens gerutscht gefahren und auf dieses Bild will ich mich im Folgenden auch tendenziell eher konzentrieren. Was macht einen Kurzschwung aus? Wenn ich einen Kurzschwung fahre, fahre ich in der Kurve einen kürzeren Weg. Der Ski wird schneller um die Kurve gedreht. Das hat den Vorteil, dass wir unser Tempo einfacher kontrollieren können, einfach weil der Ski schneller wieder aus der Kurve raussteuert und nicht so viel Fahrt aufnehmen kann. Beim richtig guten Kurzschwung werden folgende drei Merkmale erfüllt. Zuallererst eine sehr, sehr agile Beinarbeit, wo wir wirklich schnell auf den Außenski kommen, den Ski schnell um die Kurve drehen und dafür braucht es das zweite Merkmal, einen stabilen Oberkörper, der der Ruhepol ist, zu den auspendelnden Beinen, die unter dem Körper herlaufen. Und der dritte Punkt ist ein sicheres Belasten des Außenskis. Das heißt, dass ich früh den neuen Außenski belaste, der mich um die Kurve tragen wird, dass ich den dann auch schnell um die Kurve fahren kann. Wenn ich ihn nicht treffe, dann dauert das einfach alles ein bisschen länger. Wenn diese Themen jetzt gerade für dich neu sind, dann schaue hier mal oben links im Fenster, da verlinke ich dir ein Video, wo ich dir das alles mal ganz genau erkläre, wo ich dir versuche zu helfen, deinen Kurzschwung auf das nächste Level zu bringen, beziehungsweise den Kurzschwung vielleicht auch erst zu erlernen. Zudem ist der Kurzschwung für mich schon fast ein Paradeschwung, denn der Kurzschwung ist auch die Basis für Skifahrer, die noch nicht ganz so versiert sind, um in der Buckelpiste gut zurecht zu kommen und auch im Tiefschnee. Da brauchen wir auch den stabilen Oberkörper, die gute Beinarbeit. Da müssen wir zum Beispiel zwischen den Buckeln die Ski schnell zwischen den Tälern drehen können, um auch im Tiefschnee, wenn wir mal so einen Zopf flechten wollen oder einfach mal lässig hinunterschwingen wollen, einem schönen Rhythmus, dann ist ein Kurzschwung eine sehr, sehr gute Wahl. Kommen wir jetzt zu den Carvingschwüngen, die so im mittleren bis längeren Spektrum anzusiedeln sind. Die Bewegungen, die wir im Kurzschwung ausführen müssen, werden in einem Carvingschwung etwas verzögert. Das heißt, im Kurzschwung muss alles sehr schnell gehen, im Carvingschwung habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich fahre den Ski zwar im hohen Tempo, in der Regel um die Kurve, aber dennoch habe ich mehr Zeit, die Bewegung auszuführen. Das führt dazu, dass wir auch größere Bewegungsumfänge haben. Das heißt, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich mich mehr in die Kurve reinbewegen, ich kann mehr Kantwinkel aufbauen, ich kann mehr Ausgleichsbewegung machen und dadurch entsteht ein ganz anderes Fahrbild. Wie ich schon gesagt habe, haben wir mehr Zeit, den Ski mehr aufzukanten und davon lebt da auch ein geschnitten, gefahrener bzw. ein gekarfter Schwung. Weil unser Ziel ist es ja, den Ski aufzukanten und dann über die Kante bzw. die Biegelinie des Skis zu fahren und von der Kante quasi um die Kurve mehr oder weniger tragen zu lassen. Und dafür müssen wir den Ski kontinuierlich über den Kurvenverlauf aufkanten. Hier geht es auch darum, mit den Kräften zu spielen, denn die Carving-Technik funktioniert natürlich nur im Zusammenspiel mit den von außen wirkenden Kräften wie der Fliehkraft und auch der Hangabtriebskraft, dass wir da dann mit dem Kantwinkel ein Widerlager bilden können, dass uns die Kante dann um die Kurve herumführt. Und das führt dann auch zu diesen sportlichen Kurvenlagen, wo wir auch ein sehr hohes Tempo sicher bewältigen können, wenn wir wissen, wie. Carving-Schwünge sind R-Schwünge, die auf flacheren, breiteren Pisten gefahren werden, einfach weil wir Platz brauchen. Und wenn es steil wird, dann braucht es schon sehr, sehr viel Übung und viele Skitage, dass man da den Ski auch gut fahren kann. Zudem ist eine gute Sicht natürlich auch von Vorteil, wenn man im hohen Tempo unterwegs ist. Also fassen wir mal kurz zusammen, was wir gerade herausgearbeitet haben. Die Bewegung, um einen Kurzschwung zu fahren, müssen wir im Vergleich zum Carving-Schwung etwas länger ziehen. Wir verzögern die Bewegung etwas mehr und dadurch entsteht auch ein größerer Bewegungsumfang. Das heißt, mehr Kantwinkel, mehr Kurvenlage allgemein, mehr Bewegung. Dafür muss ich im Kurzschwung präziser und sehr viel schneller arbeiten. Beim Carving-Schwung haben wir viel mehr Zeit, aber auch hier müssen Bewegungen konsequent ausgeführt werden und wir müssen natürlich auch vor allen Dingen im hohen Tempo, genauso aber auch wie im Kurzschwung, mit der Kurve mitgehen. Das heißt, nicht den Ski fahren lassen, sondern wir müssen versuchen, den Ski aktiv zu steuern. Wir sind der Kapitän und nicht das Segel im Wind, um euch da mal ein Bild zu geben. Kommen wir zu Gemeinsamkeiten. Die Merkmale oder die Aktionen, die wir auf die Ski ausüben müssen, sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Bis auf das, dass wir beim Kurzschwung das schneller machen müssen und die Bewegungsumfänge kleiner werden und dass wir da auch ein bisschen mehr Rutschanteil haben, aber ansonsten ist es sehr, sehr ähnlich. Also im Kurvenwechsel haben wir eine Bewegung vor und in Richtung der neuen Kurve. Und in der Kurvensteuerung wollen wir den Ski dann weiter aufkanten und auch mehr über den Außenski gehen. Und als dritter Punkt ist unser Ziel, eine harmonische Bewegung zu erzielen, das heißt, einen bewegungslos hinzubekommen, dass das alles auch rhythmisch aussieht. Und zudem wollen wir sehen, dass wir immer die Kontrolle über die Ski behalten, was ich gerade schon erklärt habe. Das sind die drei Merkmale. Wenn die noch neu für dich sind, dann verlinke ich die auch mal gerne hier oben links in einem Video, dass du das auch nochmal genauer anschauen kannst, falls das jetzt gerade ein bisschen spanisch für dich war. Ja, was ist unterschiedlich, was ist ganz, ganz wichtig, wo sieht man noch häufig Fehler? Ich habe gesagt, ganz, ganz wichtig für den Kurzschwung ist, dass wir einen stabilen Oberkörper haben und da ist ganz wichtig, dass wir taloffen sind. Das heißt, unser Oberkörper schaut immer ins Tal und bewegt sich eigentlich nicht. Wir machen unseren Stockeinsatz, wir fahren unseren Schwung und dann passiert da eigentlich nichts mehr. Bei längeren Radien ist es so, dass wir zwar talorientiert sind, aber nicht ganz so zum Tal aufgedreht sind wie bei kürzeren Radien. Das hat einfach den Hintergrund, dass der Ski besser funktionieren kann. Zudem ist ein weiterer Unterschied der Stockeinsatz. Beim Kurzschwung ist ein Stockeinsatz eigentlich schon ein wichtiges Tool, um Balance zu halten, um einen Rhythmus reinzubringen. Bei längeren Radien ist es ein bisschen Geschmackssache. Und in welchen Situationen bietet sich denn jetzt welcher Schwung an? In steilen und engen Passagen würde ich auf jeden Fall den Kurzschwung empfehlen. Genauso im Buckeln und Tiefschnee, wenn du da noch keine längeren Radien gelernt hast zu fahren. Bei äußerst guten Können ist das natürlich auch möglich, einen geschnittenen Schwung über eine Buckelpiste und auch weitestgehend auch im Tiefschnee zu fahren. Auf flacheren, breiteren Pisten bei besserer Sicht, da können wir uns auch mal an die Carvingschwünge herantasten und schauen, dass wir da bei Tempokontrolle richtig schön mit den Kräften spielen und eine geile Kurvenlage hinbekommen. Und auch dieses Gefühl aufbauen, so in den Flow zu kommen und da von Außenbein zu Außenbein zu arbeiten. Eigentlich ist das ein unbeschreibliches Gefühl, was mir gerade super schwerfällt, für euch zu beschreiben. Ja, Leute, ein neues Format, neues Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr sagt, hey, macht doch mal in dem Stil das Video oder jetzt gerade in der Zeit, könnte ich mir auch dieses Video auf deinem Kanal super gut vorstellen, das würde mich interessieren, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Und ja, Leute, es sind schwierige Zeiten, aber ich denke, es wird irgendwann weitergehen und dann geht es auch wieder darum, Extremsituationen beim Skifahren zu bewältigen. Da habe ich ein kostenloses Audioprogramm, ein Hörbuch für euch erstellt. Eine Stunde lang gehe ich dann darauf ein, wie ihr euch bei schlechter Sicht steilen Pisten, eisigen Pisten, Sulz, Buckeln und Tieschnee anpassen könnt von der Skitechnik her, aber auch welches Equipment da sehr, sehr gut ist. Das verlinke ich euch auch nochmal unten, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Und wenn ihr natürlich Bock habt, auch mal mit mir zu trainieren, dann schaut auch mal in der Videobeschreibung vorbei. Da biete ich natürlich Coachings und Skicamps an. Und jetzt hoffen wir, dass der Albtraum bald vorbei ist, dass wir dann wieder das machen können, was wir wollen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich meinem eigentlichen Beruf wieder mehr nachgehen kann. Ich hoffe, ihr wisst, mein Engagement hier zu schätzen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Bleibt gesund. Und ja, bitte, auch hier möchte ich meine Reichweite nutzen. Achtet darauf, dass die Infektionszahlen runtergehen. Dann kommt dann die Verantwortung, dass wir dann alle bald wieder ein relativ normales Leben führen können. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.